Ich wurde markiert, Brotprofi reagiert. Was wird hier gemacht? Hier wird geschnitzt. Warum bin ich hier markiert? Ich bin Bäcker. Ah, okay, jetzt geht's los hier. Teig, oder? Natürlich. Mehl, Wasser, Hefe, irgendwelche Zutaten. Zwiebel. Schön. Schon, äh, nicht schlecht. Knoblauch darf nicht fehlen. Magst du Knoblauch? Schreib's mal in die Kommentare. Aber, was wird denn jetzt hier noch gebacken? Also, das sieht jetzt alles noch nicht nach dem Backen aus. Was kommt hier noch? Ah, jetzt kommt, jetzt kommt Teig. Jetzt geht's los hier. Okay. Mhm. Ah, jetzt wird geflochten. Okay, ein Zopf. Hat er das jetzt noch mal in der Pfanne gehabt? Nee, ach so, jetzt kommt's in den Topf. Ach komm, hör doch auf, das ist doch niemals da drin gebacken. Du glaubst doch nicht wirklich, dass das da drin gebacken wurde? Niemals. Oh, das sieht doch schon lecker aus. Sieht lecker aus, echt. Hm.